Hallo zusammen, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge EM5. Wir spielen wieder die Muppertal Modifikation und wir sind zu dritt auf der Karte. Mit dabei ist noch der Doc. Hallo. Und der Alex ist mit dabei. Servus. So, heute spielen wir die ganz normale Map, also ohne Funk, ohne alles, ohne Leitstelle. Ja, und in der nächsten Zeit wird nochmal so eine Funk-Folge kommen, aber die ist natürlich auch sehr aufwendig zu produzieren, also ich denke, ihr habt da ein bisschen Nachsicht, dass nicht jede Folge so sein wird. Und ich hoffe, ihr habt euch gefreut über Biberfelder 1.2 in der letzten Woche. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt eine Woche zurück, dann seht ihr die Folge. Und ja, ich würde sagen, starten wir, ne? Ja, ja. Let's go. Achtung, in einem Gebäude hat sich eine Gasexplosion ereignet. Löschen Sie alle... Achtung, Notfallmeldung. Ich kriege was, Alex. Hey, hey, hey. Brandausbruch, Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Wahnsinn, ey. Also, Brand-Explosion fahren von mir jetzt schon mal zwei Elef. Ist in Arbeit. Ich könnte dir ein H-Left zum Fahrzeugbrand schicken. Das machst du, das ist gut. Und zum Brandausbruch... Verstanden. Pol ist schon auf dem Weg überall hin. Fährt auch ein Elef. Okay, ich hab da mal einen Flash-Such hingeschickt. Ist in Arbeit. Wer hat eine Drehleiter von euch? Ich. Dann bitte einmal zum Brand-Explosion oder Brand-Gebäude eine Drehleiter. Ja. Wie sieht es mit Rettungsdienst aus? Brauchst du den schon irgendwo? Beim Fahrzeugbrand eventuell, ne? Fahrzeugbrand, glaube ich, ja. Genau. Brauche ich einen Rettungsdienst. Verstanden. Wo soll ich denn die Drehleiter einstellen? Am besten an Deck ungefähr. Wenn du uns die Kreuzung nimmst, dann kannst du beide Seiten abdecken. Mach ich. Ich merke gerade, ich bräuchte die Pole auch noch bei... Ah ja, der ist stark. Ne, die fällt vorbei. Erwarte Befehle. Ne, sie bleibt da. Ah Alex, das war Timing, wa? Nur einmal Kreuzung bitte dicht machen. Ja, Kreuzung bitte dicht gemacht. Mein Kopf. Oh nein, ich hab hier nichts zu machen. Zehn. Zehn. Bei dem Dienstgrund schiebt mir Wasser. Bin bereit. Verstanden. Zu Befehl. Alex, Kreuzung ist dicht. Erwarte Befehle. Warnscher. Bisschen Drehleiter abgebogen. Ja, okay. Doch, dein LF ist eher da beim Brand-Pkw. Was gibt's? Steht schon da, glaube ich. Bin bereit. Du sagst schon, wenn meine Drehleiter angekommen ist, bitte. Jo ist da. Jawohl. Störe. Aufbauen. Kannst du ihn einspeisen? Irgendwo? Jo. Ist ja echt inzwischen ganz geil, dass der eine da hinten in der Flüge die Dinger rausfährt. Ganz gut gemacht. Was ich da hinten unten am Korb hinsetze, ich weiß nicht, wie die Stelle heißt. Alex, hast du hier noch verletzte Personen bei dem Gebäude? Bis jetzt noch nicht, nein. Wird ein Opfer mit mir angezeigt? Zwei Brände, zwei von zehn und zwei, ne, drei Fahrzeugtraxen. Genau das einzige Gebäude, das ich löschen könnte, kommt die T- Ah, kommt die T- Jawohl. Er ist auf Standard, oder? Verstanden. Bin bereit. Ah, jemals. Hat's euch jetzt gelöscht? Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Das ist mein Part wieder, ne? Zustand fest, aber versorgen sie sie. Wenn nötig, transportieren sie sie ab. Verstanden. Muss ich jemand drauf schneiden aus dem Fahrzeug? Bin bereit. Ja. Bin dabei. Pkw muss schneiden, oder? Pkw wird geschnitten. Mein Brand ist abgearbeitet. Du kannst dein LF-Border, worüber das steht, haben. Bin bereit. Person ist draußen. Oh, ich bin auf deiner Sicht. So, Drehleiter kann auch gebaut werden. Pkw wird geschnitten. Jawohl. Was gibt's? Jawohl. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Ich hab grad gewonnen, ob ich nur reden, das wegen der Drehleiter, aber ich hab ja eine. Sorry, koppel ich die Kacke jetzt wieder ab. Was gibt's? Äh, drück einfach heim, dann bauen die alles selber ab. Ja, ich dachte's mir auch gerade. Sofort. Weil meine Drehleiter kann auch nicht fahren. Ja, wir sind nicht mehr bei EM4, ne? Ah, ja. Ich suche die ganze Zeit das Kupplungszeichen. Es müsste, glaub ich, eins geben. Das ist dann nachher so ein sehr kleiner, weißer Kreis, der über dem Fahrzeug schriebt. Oder über der Stelle, wo es angekuppelt ist. Bin bereit. Ähm. Für die Polstreife im hinteren Bereich von den Häusern sind, drei Fahrzeuge noch zum Absteppen. Ja, ja, bin ich gerade dabei schon. Okay. Zu befehlen. Wird erledigt. Kein Problem. Krasse, mach ich dann auch mal wieder frei. Jo. Was geht's? Sofort. Ja. Hier geht's in die Schläuche auch wieder. Erworte, Befehle. Es ist halt echt lustig. Du drückst hier auf abbauen und der, der quasi neben dem Schlauch steht, läuft ins Auto und ein anderer, der neben dem Fahrzeug steht, läuft zu dem Schlauchbauter. Er ist in Arbeit. Ich habe gerade gar nicht zugehört. Ich war gerade bei meiner Intensiv hier, bei meinen, äh, bei den ansteckenden Vogelgrippen-Dingens. Ich habe gerade, ähm, mein Fahrzeug abbauen lassen und da stand einer quasi am Hydranten, der ist ins Auto gerannt, einer vom Auto ist zum Hydranten gerannt und hat den Schlauch abgebaut. Ah, das ist, äh, Arbeitsverteilung ist das. Ich glaube, die machen das so, wie sie es aufgebaut haben, die manche, die dann auch wieder aufbauen, das Gleiche. Ja, aber der ist, der Stand da noch vom Aufbauen. Wird erledigt. Also, das ist wirklich nicht logisch. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Was geht's? Wird erledigt. Bin bereit. Wird gemacht. Ja. Okay. So, Doc, Verkehrsunfall wird abtransportiert, dein HLF kann auch weg. Yep. Dann habe ich schon ganz verkehrt. Höre. Alles klar. Ja, das ist komisch, bei EM5 vergisst man das, ne? Die, wo die Autos stehen, ne? Das ist bei EM5, man das nicht. Ja, klar, schon wieder vorgegriffen. Ich weiß genau, warum du mir das gegeben hast, nachdem ich mich in der letzten Folge immer wieder lustig gemacht habe. Ja. Aber ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich gecheckt habe, dass ich diesen RTW brauche. Ich bin mit einem normalen Neff hingefahren und habe mich gewonnen, warum der auch auch vorgegriffelt hat. Bin bereit. Bin dabei. Ich muss erstmal als Fahrzeug tanken, das habe ich noch keine. Sprit, da ist kein Wasser mehr dran, das wäre ja schrecklich. Wird erledigt. Bin bereit. Okay. Erwarte Befehle. Kein Problem. Erwarte Befehle. Zack, direkt weiter zum nächsten Einsatz. Yay. Da freuen die Kollegen sich. Hä? Eigentlich ist das schon ein ganz schöner RTW. Blitzmuster auf jeden Fall. Fahrzeugwachs sind auch alle abgeschleppt. Sehr schön. Sehr schön. Eins fehlt hier noch. Oh, ich habe einen Fehler gefunden. Oh. Bei der Vogelgrippe. Guck mal, der Baum. Der steht auf der Straße. Ups. Höre. In Ordnung. Tatsache. Was geht's? Haben wir vorher noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Also, liebe Modifiziere von Wuppertal. Da haben Sie einen Baum auf der Straße. Geil, ich habe das. Kann ich doch an mir? Nee, ja, wenn du einmal als Heimfreakten gedrückt hast, dann kannst du sie nicht mehr benutzen. Echt schade. Wenn du was? Wenn du sie gesagt hast, fahr heim, dann kannst du sie nicht mehr quasi aus ihrem Status 1 rausholen. Nee, es sei denn, du hast die vorher in die 1 gesetzt. Ja, gut, aber das mache ich hier auch nicht. Nee. Du musst mit Status arbeiten. Die wöhn dich mir langsam auch an. Jawohl. Obwohl, ich muss sagen, das ist schon schöner mit der Leitstelle, ne? Ja. Also, es macht definitiv mehr Spaß. Ja, mir fehlt das Dong Dong. Ah, die Folgen kommen auch wieder. Ja. Und die normale EM5-Folge, die muss auch drin sitzen. Ja, auf jeden Fall. Der Vogelgrip ist auch abgeahnt. Ja, stimmt, ich habe ja noch Polizei. Alles klar. Ja, unser Abschlepper beim Fahrzeugbrand ist mittlerweile eingetroffen. Was geht's? Jo. Ist in Arbeit. Bin bereit. Also, was ich definitiv noch arbeiten muss daran, das ist an dieser Karte hier, die Karte kennenlernen. Ja. Ja. Das ist so umständlich, echt. Ja, du machst wahrscheinlich auch so wie jeder andere auch. Du schickst dir die Autos da hin und denkst, wie lange brauchen die denn, bis sie da sind, ne? Und dann siehst du erstmal, dass sie einmal quer durch die Karte fahren. Ja, 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 genau. Das ist auch das Problem, was ich aktuell noch habe. Aber gut, ich finde so aktuell, das ist schon spielbar geworden, ne? Anfangszeit nicht schlecht. Ja, ja, das auf alle Fälle. Sag mal, hinter der 9er Wache grabt ihr da ein neuer Leichenkamm oder so? 9er Wache, was? Achtung, Brandstiftung. Aus einer psychiatrischen Klinik ist ein bekanter Brandstifter entflohen. Dann befindet sich einmal im Polen. Ich hab da was in der Nähe. Ich fange den Löschzug an. Brücken ins Portal links. Wird erledigt. Löschen Sie alle Brände. Wird erledigt. Ich kümmere mich einfach nur mal erst um den Typen hier, ne? Jo, bitte. Ist in Arbeit. Hübs, ich hab das falsche Fahrzeug geschickt, glaube ich. Was gibt's? Was kommt jetzt? Kein Problem. Abroller oder so, oder? Nee, Gubi. Nee, nicht meiner. Was hast du den Hubschrauber geschickt? Ich hab mir den Hubschrauber geschickt, ja. Ein Überfall hat sich ereignet. Der Täter hat eine Person angeschossen. Dein Polizeifahrzeug, der ist nicht. Erwartet auf der Flucht. Wir haben beide nicht hier. transportieren. Und kümmern Sie sich um das verletzte Opfer. Ja. Batterie Dreierwache. Ja, ist man. Du sollst sie festnehmen, nicht überfahren. Wird erledigt. Der Täter versucht dabei. Sprühe ihn an, sprühe ihn an. Ja, ich hab grad erst aus Versehen die Waffe ausgezogen. Bus. Was geht's? In Ordnung. Äh, Thorsten, hast du noch was fürs Ladengeschäft? Klar. Okay. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Verkehrsunfall. Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Zu Befehlen. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Verkehrsunfall schicke ich NAR von RTW. Wird erledigt. Achtung. Mindestens ein Unfallfahrzeug brennt. Wir können den Fahrer erst dann aus dem Fahrzeug retten, wenn wir die Brände gelöscht haben. Zieht vom Brand, zieht ein HR-Lift durch. Ja? Brand geht klar, ja, ne? Na, ich denke schon. Wird gemacht. Hey, ich sehe die verletzte Person nicht. Höre. Ah, da. Ah, da. Hast du denn schon eigentlich gesagt, Alex? Oder Posten? Eine Einsatzkraft wird angehört. Bin dabei. Weil dann schick ich dir meine Streife hin, die hat nämlich für einen anderen drin, hat das einfach von mir einsetzt. Ja, perfekt. Perfekt. Meine Wache ist noch näher. Direkt um die Ecke hier, ne? Ja. Jawohl. Erwarte Befehle. Gut gemacht. Hör. Nein, ich habe keinen Bruch. So. Schade. Wärts gern haben wollen, ne? Zu Befehl. Ja. Ich habe den Entstördienst. Der ist auch gut. Sofort. Der Entstördienst. Was geht's? Bin dabei. Da. So, Freunde der Sonne. Ja, ihr habt es gesehen. Leider ist das Spiel gequasht. Aber das ist ja wie bei EM4 schon damals. Ich sage trotzdem danke fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt eine normale EM5-Folge genauso gut wie die Funk-Folgen. Und ja, wie gesagt, wir wechseln das jetzt mal so hin und her. Wir gucken mal EM4, EM5, dass wir das ein bisschen im Wechsel machen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.